Also ich möchte mal ganz kurz Kritik äußern und mach ein Tor! Tor für Vary! Was? So! Ich bin die Ansage gemacht, der steht schon fein cooler! 1 von 3 Toren wohl erreicht! 1 von 3 Toren! 1 von 3 Toren! 1 von 4 Toren! 2 von 3 Toren! 1 von 4 Toren! 2 von 4 Toren! 2 von 4 Toren! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, das W ist am Anfang und das E am Ende. Ist ja schon mal schön. Könnte es eine Wende sein. Man weiß nicht, ob ein zweites E drin ist. Ja, das ist richtig. Oder, ah ne, das I ist nicht drin. Es könnte noch eine U danach kommen. Ja, eine Wunde. Ich würde Wunde probieren. Also Wunde klingt am sinnigsten, weil wir haben das U, das N und das D. Alles noch nicht. Schade. Okay. Das A haben wir auch noch nicht. Wale. Naja, mit H meine ich. Die Waage mit Doppel-G. Mit Doppel-A. Mit Doppel-G. Ja, 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 meine ich doch. Ich nehme es jetzt einfach. Wollte ich auch mal probieren. Juhu. Das ist sogar richtig. Läuft heute. Ja, manchmal, manchmal sind wir doch an ihm mal schlecht drauf. Sehr, sehr gut. Kombinationen kriegen wir da hin. Genau. So, Fuhei, du bist doch bestimmt auch ein Mod hier, ne? Ne, ich bin kein Mod. Ich bin VIP. Du bist nur ein VIP? Schau, schau. Du bist ja nicht mal die Mod-Befehle. Dann muss ich ja das selber machen. Das ist ja... Puh. Doch, kann ich schon was für, aber nö, eigentlich auch nicht. Nun, wie weit bist du schon mit dem Timer? Ich muss nur los sagen und dann... Also, du kannst jedes Mal drauf hören, wenn ich sage... Also, bist du ready? Ne, du hast noch nicht eingestellt. Äh, ich hab das noch nicht eingestellt. So, warte mal. Ich mach mal das Kreuzvertrieb. Weil du musst mir sagen, wenn du ready bist und dann sage ich ihr da hinten Bescheid und dann kannst du auch loslegen. Könntest du bitte das richtige Fenster aufnehmen? Das wäre super toll. Hä? Es will mich natzen, habe ich das Gefühl. Gott. Moment. Vari ist im Trouble hier. Unos momentos. So. Technik und ich. Ähm, ich kann heute wohl nicht schreiben. Das ist nicht schlimm, Lea. Gibt's, gibt's Schlimmeres. Und zum Thema, das ist eine super Überleitung. Du kannst nicht mehr schreiben. Ab jetzt gehen für die nächsten 10 Minuten nur Emotes, damit ich nicht gespoilert werde, wenn ich jetzt gleich hier das Kreuzworträtsel ähm, loslegen kann. Ich wäre soweit. Sag mir einfach, wenn du startest. Lexa, Timer 10 Minuten. Kannst loslegen. Gut. Du kannst immer direkt loslegen, wenn ich das sage. Weil dann ist der Timer gekriegt. Ich bin doof. Okay. Ähm, bam, 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 bam. Unbekümmert. Irre. Oh, schade. Ich sollte nicht raten. Chemisches Zeichen für Sponsion. SR. Ähm. Du machst da, ich mach Toilette. Du machst Toilette, das ist schön. Dann unterhalte ich auch nebenbei noch den Chat. FZ-Kirche, äh, P-A. Kadaver, Kadaver, ist das Aas. Ähm, sächliches, sächliches Prühwort. Oh Gott. Ähm, dum, 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 dum. Was haben wir hier noch? Babykost. Drei. Drei. Äh, loyal, offenart, Schriftenbündel. Verrückt. Irre. Ha. Englischer Sinne, Chris. Ja. Niederländisch, eins. Äh, Ehen. Sportboot. Sportboot. Ach, was, 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 was gibt's denn alles im Sport? Ach, da. Äh, äh, äh. Einer. Einer? Mhm. Gerätezustand ist ein. Schluss ist, oh Gott. Oh Gott. Ende. Äh, äh, Anwärter. An die Dat. Vorsilbe. An. Nee. Gebäude-Mehrzahl. Ähm, Gebäude-Bauten. Deutsche Sagen gestalt. Enzym in der Käserei ist das Lab. Verabredung ist Date. Dann passt die deutsche Sagen gestalt Ute rein. Aufwirbeln. Aufwirbeln. Ähm, Stiepen? Ja. Ähm, Mittelsmann der Agent. Römische Göttin. Venus? Schade. Kanasta. Elektrischer Pluspol ist die Anode. Energisch ist dann Resolut. Die, 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 die. Skandinavischer Staat. Das muss Norwegen sein. Freizeitbeschäftigung. Boah, keine Ahnung. Ähm. Hier ist wahrscheinlich der Held. Für sich sollte loyal. Äh, dä, dä. Schriftenbuch. Bam, 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 bam. Kleiner Heringsfisch. Schrotte. Jo. Ähm. Für sich sollte. Mandarine. Nein. Was? Okay. Ähm, Starr ist steif. Lange Bucht. Das müsste dann die für... Fjord sein, oder? Fjord? So. Jenes. Ich dachte gerade eben an Lange Bucht, eine Förde oder sowas. Nur. Ähm. Schriftenbundel. Reial. Boah. Mach weiter links, ist einfacher. Achsenart. Oh, no, bo. Mach weiter links, ist noch einfach. Geschirr säubern. Absp... Mh... 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 Europäische Hauptstadt. Dann ist das so... Fjord. Wie immer. Mh... 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 akte ist das schriftenbindel ökologisch wie lange habe ich noch alexa 3 minuten 40 ich weiß es auch biogas aha getreu fertig alexa resttimer 3 minuten 20 hallöchen bürger alexa timer stop so emote only off dann machen wir doch mal hier wieder das alle schreiben können was gehört ne 3 minuten 20 rest warte 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 ich halte das mal eben fest gaming so wie lange 3 minuten 20 so gar nicht mal so schlecht sehr gut so hallöchen mein mit viel liebe zusammengestellter homemade burger na wie geht's dir du darfst auch gerne im discord sprechen ich habe dich erspäht geht's dir gut und fluffy meine liebe geht's dir auch gut wie was 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 macht so dein dein taubheitsgefühl ist es besser geworden oder nicht ich hoffe doch so machen wir das mal wieder aus das mal wieder aus